Wir haben in dieser Woche einen politischen Alltag, der wieder einkehrt, weil wir nämlich auch fachliche Fragen zu lösen haben. Letzte Woche war es ja die Konstituierung des Bundestages. Wir haben zwei große Themen. Das erste große Thema ist tatsächlich, dass die epidemische Lage, die durch den Deutschen Bundestag festgestellt worden ist, ausläuft. Die Ampel hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir haben nicht so ganz verstanden, wo da die qualitative Verbesserung ist und warum es jetzt so ist, dass wir keine epidemische Lage mehr haben. Das heißt also, wenn wir in der Regierung gewesen wären, dann wäre es sicherlich so gewesen, dass wir diskutiert hätten, die epidemische Lage einfach zu verlängern, weil das ist ein Mechanismus, der läuft, der funktioniert und es ist dringend notwendig, dass auch gehandelt wird in der jetzigen Zeit. Und deswegen auch nochmal mein dringender Appell an die Ministerpräsidenten, sich zusammenzufinden und insbesondere solche Themen wie beispielsweise Schutz der Menschen in den Altenheimen, Organisation der Booster-Impfungen auch entsprechend zu beraten. Aber nichtsdestotrotz, wir sind eine konstruktive Opposition, da wird Thorsten Frey gleich noch was zu sagen. Wir werden den Gesetzentwurf konstruktiv begleiten. Wir haben auch Vorschläge, was man noch besser machen kann. Aber wie gesagt, das muss uns die Ampel in der nächsten Woche dann entsprechend auch beantworten, warum die epidemische Lage angesichts der hohen Infektionszahlen, angesichts der zunehmenden Hospitalisierung, angesichts der Nachrichten, die uns auch aus den Intensivstationen erreichen, warum die dann nicht verlängert wird. Das zweite große Thema ist das Thema Belarus, ist das Thema Migration, angetrieben durch Lukaschenko. Es ist eine absolut inakzeptable Situation, die wir momentan haben. Und es ist wichtig, dass auf allen Kanälen da jetzt daran gearbeitet wird, dass wir eine Lösung kriegen, auf außenpolitischer Ebene insbesondere. Es ist wichtig, dass die Polen bei ihrem Versuch, die europäische Außengrenze zu schützen, auch von der Europäischen Kommission und nicht nur von der Bundesregierung, also vollumfänglich auch unterstützt werden. Die Polen leisten da eine wichtige Arbeit für ganz Europa und haben deswegen also auch unsere volle Solidarität an der Stelle verdient. Das Ganze geht einher mit Ampelgesprächen, zumindest wenn ich das ernst nehme, was in dem Sondierungspapier drinsteht, die sagen, wir wollen eine liberalere, eine offenere Politik mit Migration. Wir wollen Spurwechsel haben. Wir wollen das Staatsbürgerschaftsrecht ändern. Das sind Pull-Faktoren, die dort auf den Weg gebracht werden, die nicht gut sind. Und ich denke, das Thema Migration wird uns noch sehr, sehr intensiv beschäftigen. Ansonsten würde ich einfach mal weitergeben zu Thorsten Frei. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich kann im Grunde genommen genau da anknüpfen, wo Ralf Brinkhaus geendet hat. Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, warum man ein funktionierendes Rechtssystem, eine Systematik, wie wir es im Infektionsschutzgesetz niedergelegt haben, bricht, ohne dass man eine bessere Lösung dem gegenüberstellen kann. Und wir werden uns in der Tat sehr intensiv mit dem Gesetzentwurf beschäftigen, sehr konstruktiv auch. Aber Stand heute, muss man sicherlich sagen, ist diese Anforderung nicht erfüllt. Stand heute ist es so, dass die Mehrheit im Deutschen Bundestag die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lassen möchte, ohne im Gegenzug den Landesregierungen die Instrumente an die Hand zu geben, die es ermöglichen, die Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen und damit eben auf die hohe Neuinfektionsinzidenz, aber auch die hohe Auslastung der Intensivkapazitäten Rücksicht zu nehmen. Und aus unserer Sicht ist es ganz entscheidend, dass wir klare rechtliche Rahmenbedingungen bekommen, beispielsweise für Themen wie 3G am Arbeitsplatz. Wenn man das aber umsetzen will, wenn man das auch kontrollieren will, dann ist zwingende Voraussetzung, dass Arbeitgeber einen Anspruch darauf haben, dass Mitarbeiter ihren Immunisierungsstatus offenlegen. Ansonsten ist es ein stumpfes Schwert, das da geschaffen wird. Wir hätten gerne schon im Sommer eine solche Regelung auf alle Branchen ausgeweitet. Das war mit der SPD nicht zu machen und ist für uns eine Kernforderung zum jetzigen Zeitpunkt. Darüber hinaus brauchen wir klare Regelungen, was das Regime von 3G, 3G+, 2G, 2G+, beinhaltet, um deutlich zu machen, dass wir alles tun möchten, um Einrichtungen insbesondere auch zu schützen. Das bedeutet, dass wir auch es für richtig und notwendig halten, dass es eine gesetzliche Testpflicht für Gemeinschaftseinrichtungen gibt. Das gilt sowohl im Bereich der Kindergärten und Schulen wie auf der anderen Seite für Alten- und Pflegeheime. Ich will vielleicht noch einen Satz sagen zum Thema Belarus. Es ist für uns ein generelles Anliegen, darauf zu reagieren, dass im Sondierungspapier die Ampelparteien falsche Signale senden. Das ist ein Fakt, dass in den ersten zehn Monaten dieses Jahres wir 150.000 Asylanträge in Deutschland bereits hatten. Das sind etwa 23 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2020. Und das bedeutet auch, dass in den letzten vier Wochen wir etwa 20.000 Asylanträge hatten. Und wenn man sich anschaut, was die Ampelparteien vorhaben an Pull-Faktoren, Ralf Brinkhaus ist darauf eingegangen, sind es einfach die falschen Signale. Und das kann man jetzt eben auch ganz besonders an der sogenannten Osteuropa-Route sehen, verstärkt noch durch diese Form von hybrider Kriegsführung. Das kann man nicht anders sagen. Der Diktator Lukaschenko setzt Menschen ein, um in einer ganz perfiden Weise eigene machtpolitische Ziele durchsetzen zu können. Bedauerlicherweise haben wir das in den vergangenen Monaten schon einmal erlebt, an der türkisch-griechischen Grenze. Und deswegen brauchen wir alle außenpolitischen Instrumente, um dagegen vorzugehen. Es muss aber auch die klare Botschaft gesendet werden, der Weg nach Europa in die Europäische Union, der Weg nach Deutschland und nach Mitteleuropa ist nicht frei. Und deswegen glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass wir Polen bei seinen Bemühungen unterstützen, die europäischen Außengrenzen wirkungsvoll zu schützen. Das ist zwingende Voraussetzung dafür, und das haben wir immer deutlich gemacht, dass Binnengrenzen im Schengen-Raum keine Rolle mehr spielen können. Und deswegen bin und sind wir sehr dafür, dass wir auch in Europa mit einer klaren und eindeutigen Stimme sprechen und den Polen gegenüber nicht in einer Art und Weise verfahren. Nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wir haben klare Anforderungen an die Länder, die an den europäischen Außengrenzen liegen. Wir stellen fest, dass Polen diesen Anforderungen gerecht wird. Und dafür hat das Land auch unsere Unterstützung verdient. Vielen Dank. Wir haben die Gelegenheit für zwei Fragen. Frau Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk, Ihre Frage bitte. Herr Brinkhaus, vielleicht noch mal im Konflikt Belarus konkret nachgefragt, was kann man konkret machen jetzt? Es geht ja auch um Menschen, die dort festsitzen. Und was ist da bei Ihrer Erwartungshaltung auch an die Ampel? Ja gut, also ich meine, die Erwartungshaltung an die Ampel ist das, was Thorsten Frey und ich gerade gesagt haben, dass da jetzt auch keine falschen Signale gesetzt werden. Dass also die Situation sich dort verschärft. Und jetzt muss man sich genau angucken, also wie werden die Menschen nach Minsk herangeführt? Wie kommen die Menschen von Minsk an die Grenze? Da werden wir gegenarbeiten müssen. Und da muss man auch sagen, wenn da Fluggesellschaften beispielsweise kooperieren, dann ist das nicht gut. Und da muss man sich auch überlegen, wie man dagegen vorgeht. Und der nächste Punkt ist, und da laufen ja auch die Gespräche auf der europäischen Ebene, wie man also mit weiteren Sanktionen gegen Belarus umgeht. Vielen Dank. Herr Blank von der Deutschen Presseagentur, Ihre Frage bitte. Herr Brinkhaus, war es ein Fehler des Gesundheitsministers zu sagen, dass die epidemische Lage auslaufen soll? Und erwarten Sie in der nächsten Woche eine MPK zum Thema Corona? Also ich fände es richtig, wenn die Ministerpräsidenten, die ja im Rahmen der geltenden Gesetze sehr, sehr viele Handlungen und sehr, sehr viele Maßnahmen auf den Weg bringen können, sich nochmal abstimmen. Also gerade im Bereich Schutz von vulnerablen Gruppen und gerade auch im Bereich der Menschen, die in den Pflegeheimen leben. Also ich möchte es auf alle Fälle vermeiden, dass wir ansatzweise wieder eine Situation haben, wie im Dezember letzten Jahres, wie im Januar diesen Jahres, dass wir dort viele Todesfälle haben. Also ich glaube, wenn wir da nicht rauslernen, dann machen wir einen Riesenfehler. Und die Lage ist heute sicherlich auch anders, was jetzt also Einschätzung bezüglich epidemischer Lage angeht, als das vor einigen Wochen noch der Fall war. Aber wir haben jetzt eine Situation, die Zahlen, die Indikatoren, die sind sehr, sehr eindeutig. Das, was uns prognostiziert wird, müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Und deswegen muss da jetzt gegengesteuert werden. Vielen Dank.